Servus, hallo, Mario Schmidt-Wendling, sisu-training.de, heute die 379 von 365 mit einem Gewinnspiel für den kommenden Sonntag, nämlich Ironman 70.3 World Championships in Mont-Tremblant in Kanada. Ich habe zwei Sportler, zwei ganz heiße Eisen im Feuer in der Altersklasse 25, einmal der Pascal Ramali, der wirklich eine ganz, ganz, ja, ganz große Rolle spielen kann bei der Vergabe der Swam-Titels in seiner Altersklasse. Und auch der Christian Haupt, für den trifft genau das Gleiche auch zu, allerdings in der Altersklasse 30. Also wenn es gut läuft, dann, ja, dann kann man vielleicht Regenbogenstreifen verteilen am Wochenende. Aber ich habe ein Gewinnspiel für alle diejenigen, die jetzt nicht dort aktiv teilnehmen, sondern wie ich passiv vorm Ironman-Tracker hängen werden ab Sonntagnachmittag. Und zwar ein Gewinnspiel, in dem ihr, ja, mitmachen könnt und den Rückstand von Sebastian Kielner auf den Jan Frodo Frodeno nach dem Schwimmen schätzen müsst. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, denn das kann schon rennentscheidend sein, wenn Javier Gomez und Jan Frodeno doch dann vielleicht zusammenarbeiten als Specialized-Athleten und vielleicht gibt es da auch eine Art Team-Order, wer weiß, ob sie, ja, wie gesagt, zusammenarbeiten. Und wenn sie schnell aus dem Wasser kommen und dann entsprechend Vorsprung haben auf den Sebastian, dann wird es für den Sebastian, obwohl er natürlich der Überbiker ist, doch auch eine harte Nummer, weil er muss nicht nur den Rückstand gut machen, sondern er muss natürlich auch mit Vorsprung zum Laufen gehen, wenn dann die schnellen Jungs zu Fuß, wie der Jan Frodeno und der Javier Gomez, dann eben auch in die Laufschuhe schlüpfen. Also es wird eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und von daher denke ich, dass der Rückstand von Sebastian Kielner auf den Jan Frodeno eine ganz wichtige Größe ist, wenn es um die Titelvergabe geht. Und ihr sollt den Rückstand auf die Sekunde genauer natürlich idealerweise schätzen. Und wer dort richtig liegt, der bekommt eins von diesen T-Shirts. Be the best version of you. Super Qualität, limitierte Auflage und ja, geiles Ding. Macht mit auf meiner Facebook-Page facebook.com slash sisu-training-triathlon in einem Wort. Bis die Tage. Ciao. Ich drücke die Daumen. Ciao.